es ist zeit den außenposten zu befreien richter auf deinem weg zum gegnerischen anführer so wenig schaden wie möglich an in einer zum untergang verdammten welt ist freiheit wertlos das ist die erste verteidigungslinie vorsicht vor der peng peng maschine da musst du schon härter vorgehen schalt es lieber aus los mit der kugel nur weiter so vorsicht vor dem ölkessel bleib weg bis du es ausgeschaltet hast jetzt kannst du hingehen so so Okay. Hier kommt die zweite Verteidigungslinie. Diese Schrakete könnte genau das sein, was du brauchst. Spring auf diese Kerze und entzünde sie. Reite auf der Schrakete. Kaboom! Du bist drin. Fast geschafft. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Er sagt, deine Befreiung des Außenpostens war eine Glanzleistung. Du bist einen Schraub.